Wir sind hier im Tonstudio mit Leo König und mit Adam. Der sitzt schon hier am PC. Jetzt komm schon in meinen YouTube-Kanal. Hier seht ihr mal ein Tonstudio. Jetzt macht das Licht aus. Hast du Freunde? Hast du lauter Freunde? Hast du keine Feinde? Mensch, der Mann ist so beliebt. Gute Freunde sollte man haben. Hier gleich mal Schleichwerbung. Schleichwerbung? Geht's gerne als Sponsor. Von denen krieg ich immer Kopfweh. Können wir mal das Biersorder umstellen dann. Ich dachte so ein geiler Sänger, der hieß so nur Back. Er spielt euch nachher was auf der Gitarre vor, oder Andi? Ja. Spielst du grad? Was? Spielst du grad? Spiele! Spielst du grad Gitarre für mich oder spielst du grad Gitarre für dich oder spielst du nur an deinem Bimbo rum? Und schaust dazu so dumm? Ja, alle. Studio. Hier sind Gino Wilde und Alan. Und mein Name ist Leo King. Und dieser Mann will ein neues Song produzieren. Läuft bei dir. Hab Spaß. Und kauf es. Hallo, ich bin der Instruktor. Das ist dein Mikrofon. Mikrofon. Das. 1, 2, Soundcheck. Nein, das ist dein Mikrofon. Und du bist der Mann, der in diesem Mikrofon muss singen. Dieses Mikrofon. Okay. Was ist dein Name? Was ist mein Name? Gino Wilde. Du bist ein wilder Mann? Ja. Ja. Hast du einen langen Dick? Ja, langen Dick. Langen, langen Silber. Ja, langen Dick. I know a friend from Germany, say. Wenn du so weiter machst, brauche ich noch ein Bier. Say. A good friend, say. Ach so, Kopfhörer. You know a good friend, say. Meine is very dünn, dafür is very good. Ich höre dich nicht mehr, Leo. Okay. Freunde, der Leo hat einen Stich ab und zu. Nein, du verstehst nicht. Meine ist sehr kurz, aber dafür ist richtig dünn. Ich kann dich hören. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, dieser Mann kann counten. Wenn ich in Nummer 1 entlande, Leo scharke ich dir so eine Kamera. Das ist Malle, das ist fett. Das ist Malle, das ist fett. Yo, Freunde. Freunde? Ich habe gedacht, ich bin dein einziger Freund. Was soll das? Hey, du kriegst immer weniger Haare, hast du gesehen? Oder machst du zu kurz? Leute, Leo wird alt. Freunde, guckt mal den Kabelsalat hier an im Tonstudio. Und scheiße, das muss ich euch zeige. Den Kabelsalat. Kannst du ja Wurstsalat dran machen. Das ist mega Hammer hier. Wie ein Stern am Horizont, der in deinem Herzen wohnt, jeder Augenblick mit dir. Mehr gibt's nicht. Müsst ihr kaufen. Freunde, Leo König hier. Der Alan. Wir im Tonstudio. Jetzt könnt ihr mal sehen, wo meine Songs entstehen. Aber hier hinten ist noch mehr Kabelsalat. Ne, die Songs entstehen hinter der Couch, so da hinten unten. Hinten unten. Die kommen dann irgendwo raus und dann kann man sie kaufen. Der Andi, der kleine Andi, er ist so jung und wild und macht von mir ein schönes Bild. Und jetzt, was willst du hören? Wipe away your tears. Hold it around and deep. Das kostet alles extra Geld.